Ja, selbes Leute, ich bin's wieder, euer JB und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wenn das Gameplay im Hintergrund schon läuft, wollte ich mir kurz zu Wort melden. Und zwar haben sich viele ein Warzone-Gameplay mit Rambo gewünscht. Das seht ihr jetzt gerade aktuell hier im Hintergrund. Ist schon, glaube ich, vier oder fünf Wochen alt, also nicht mehr so aktuell. Aber ich hab's nur kurz zusammengeschnitten, ein paar Highlights rausgeholt. Und was ich noch zum Gameplay sagen wollte, man hört meine Stimme nicht im Hintergrund. Also man hört nur die anderen, während sie irgendwie ein paar Callouts machen, weil ich bei Nvidia Shadowplay vergessen habe, mein Mikrofon zu aktivieren. Und es kann sein, dass das Gameplay an manchen Stellen laggt, was aber nicht an mir liegt, sondern am Server generell. Also es war ultra buggy, der Server. Hat ultra gelaggt, aber wir haben trotzdem ein ziemlich gutes Teamlay rausgeholt. Also wir haben hier Squad gespielt. Ich glaube, am Ende haben wir alle zusammen 40 Kills gemacht. Und ja, war auf jeden Fall ein relativ geiles Gameplay. Macht aktuell wieder Bock, mit Rambo ein paar Runden zu erspielen. Ich hab noch ein zweites auf der Festplatte. Ich muss mal schauen, ob ihr das bis zum Wochenende vielleicht zusammenschneidt, wenn ihr Bock drauf habt. Falls ja, lasst es mich einmal am besten wissen. Schreibt einen Kommentar, lasst einen Daumen da. Und ansonsten, ja, viel Spaß mit dem Gameplay. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Video. Ja, was denn? Das Ding hat rausgelegt. Wie, keine Ahnung was. Kommst du rein, Philipp? Was war das denn? Ich hab einfach mal jetzt... Deine Türe, Sheeprake. Ich werde von irgendwo... Aus der Türe, da. Es laggt. Einer ist beim Shop im Haus. Es laggt ultra. Hannes, holst du mich? Ich hab 30 Schuss in der AR-1. 30 Schuss in der AR-1. Hast du den? Gut. Was brauchst du denn? AR? AR, ich hab 30 Schuss. Boah, ich hab... Da hier. Ah, da nicht. Einer war beim Shop-Haus. Ich weiß nicht, ob der weg ist. Es laggt so hart, ey. Chris. Er ist Sheeprake. Kannst du mich nochmal holen? Ja, mach ich. Alter, er ist immer... Es laggt so... Down, Philipp, down. Ja, gut, er hat gerade geschossen. Es sind drei Mann da unten. Hat einen Piles gekriegt. Wir haben Baba-Pussy. Einer down. Noch einer, Sheeprake. Die anderen beiden sind sich hier vorne am... Am Stein. Einer ist down von denen, Felix. Die müssen, die müssen, die müssen. Die müssen. Er ist eine Granate. Er pickt ihn. Ah ja. Er snipet noch irgendwas auf mich. Muss es mal laufen. Ich hab... Jetzt hab ich keine Armoni mehr. Ich auch nicht. Ich bin einfach in der Zone. Ich bin truppt. Spont mich in der Zone, das Game. Einer ist ultra low. Wir müssen die ficken. Kann nicht. Ich kann nichts machen. Rechts? Da sind zwei Mann, Rebel. Ja, ich hab nur ne Pistol, Digga. Einen hab ich. Einen hab ich. Der rennt. Der andere rennt. Scheiß. Den hab ich. Der ist leckt ultra. Ich muss laufen. Ich brauch seinen Scheiß. Ich brauch Muni. Ich brauch alles. Ich hab nichts. Hab neun Schuss. Der hat nichts. Der Typ hier. Mehr hatte der aber auch nicht. Müssen die da weg? Ja. Ich brauch den anderen Hangar. Ich brauch den anderen Hangar. Aber wir müssen auch, glaub ich, mu- Na, nee. Wo muven wir lang? Da, Hannes. Links der Hangar ist auch einer. Da, ja? Nicht da. Da, Manns. Ja, ja, das weiß ich. Ich muss erst mal am Deckung gehen. Jetzt kommt hier das Flugzeug im Real Life angeflogen. Ich hab zwei da oben gedowned, aber... Der eine wird gekriegt. 30 Schuss, ich will die Flanks. Wieder down. Jetzt, jetzt geht's los. Ha, Felix. Brauchen wir einen Halbman einfach. Wir müssen da... Oh, Philipp, du bist ja ganz allein, ne? Ja. Ich hab zwei Beine oben noch, Philipp. Ja, ja, nice, nice. Wir sind gegenüber uns im Wald. Gegenüber uns im Wald. Oben oder unten? Oben. Ein Team noch. Da, ja, da oben. Da auch einer. Weiter rechts auch. Push vor. Oh, nice, 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 nice. Rechts, rechts, ganz rechts. Ich seh ihn nicht. Am Stein, am Stein, Baby. Da, Philipp. Ja, da, am Stein. Nice. K.O. Ich muss pushen, ich muss vor. Da entlang, Bewegung. Der am Stein ist noch. Tch, ich muss nachladen. Die sind beide hinter der Mauer. Ich break einer. Ich muss vor. Ich hab keine Plates mehr, nichts. Einer unten. Einer noch. Einer noch, einer noch. Es ist der letzte. Ach so, es ist der letzte. Ich hab 1 HP. Ja, ich wusste nicht, dass es der letzte ist. Haben dreimal gesagt, der letzte. Ja, wenn ich im Fokus bin, wenn ich im Fokus halte. Ja, jetzt ist das eben. Ach, der hört nachher. Den hat... Den hat einfach keiner gerafft. Ich aparece. Ich habe dann, was das ist das oder? Ich habe dann das. Was ist der letzte. Der letzte.